Hallo und herzlich willkommen zurück bei, äh, w-w-w-w-Destiny 2 irgendwie, äh, ja, ist alles heute ein bisschen durcheinander. Ähm, wir kämpfen mit einem Eisenbart. Ja, TH. Er hat einen Eisenbart. Okay. Und Eisenbart ist tot. Ja, ich hole ihn, ich hole ihn. Okay. Äh, okay, jetzt, jetzt fighten wir. Alle Zugänge zum Rest der Basis sind verschlossen. Wenn du mich zu einer Konsole bringst, kümmere ich mich darum. Ich muss grad mal nachladen. Ja, ich glaub, wir machen, äh, Bracos Thynok halt nochmal. Weil wir's können. Der macht das, ja. Der hackt gerade irgendwas. Sollen wir mal machen, ey. Können wir ein Eisenbärte, äh, hacken können, ist doch super. Hast du eine Leuchttrakete abgefeuert? Ich dachte, wir dürfen keine mehr haben, seitdem ich... Nur das hier ist schwer. Aber sonst geht's. Was? Das waren wir nicht. Was ist schwer? Warum ist es schwer? Rasieren. Warum rasieren? Mit einem Eisenbart. Oh, Nico. Das tut so weh. Das soll es auch. Ja, das tut so weh. Jawoll, Allah. Was denn? Boah, ich weiß nicht mehr, wie ich meine ganzen Sachen einsetze. Ich auch nicht mehr. Ah, V ist heilen. Okay. Aha, C. Und was war das andere? Äh, Q. Ah, Q. Das will ich da hinwerfen. Jawoll. Zack, die Bohne. Hör mal. Das hat Peng gemacht, würde ich sagen. Oh, rechts von uns irgendwie, oder? Davor. Äh, das kann sein. Ich bin jetzt einfach mal reingesprungen. Ähm. Ich mag meine Waffe, aber ich würde gerne mehr Schaden auszahlen. Oh. Guten Tag. Ähm. Entferlegen sie. So. Und eine Granate hintergeworfen. Oh, oh, oh. Was, was war das? Was war was? Oh, nein. Oh, fuck. Ähm. Ich weiß es nicht. Du hattest recht. Er hat sie genannt? Das hätte ich auch so gemacht. Das hätte niemand machen sollen. Was macht denn der da unten? Äh, wo? Weiß wie. Fast, fast, fast. Seid ihr weiter gerannt? Und ich bin bei dir. Ach, da bist du. Ich wollte nur gerade munitionen. Okay. Okay. Bist du bereit für mehr? Äh, ich lad grad nach. Yes. Okay, ich hab einen richtig schön nochmal in den Hintern gefeuert. Oh, ne. Die haben einen Drescher. Okay. Die haben keinen Drescher mehr. Oh. Oh, oh. Nachladen. Danke. Ciao. Hier ist ja noch einer. Oh, der schießt mit ricken Sachen. Wie macht man nochmal den Palpatine? Oder diese, diese Kugel? Äh, EF oder so? Jo. Ich mache den Palpatine. Ich grille Leute. Aua. So. Jetzt geht's mir besser. Ja, sonst nix. Ah. Warum kann ich das? Ach. Ja, bitte. Ich hab eben noch was erhalten. Äh, falsch. Falsch. Wie geht man nochmal? F1, oder? Ah, F1. Danke. Ich suche so. Der ungewöhnlichste Knopf der Welt. Ach. Sehr schön. Der ist schon wieder weitergerannt. Okay, tschüss. Gut Spaß beim Sterben. Ich muss mal die gewöhnlichen Sachen... Ich muss auch mal gucken. Ich hab auch irgendwas bekommen. Eine Handfeuerwaffe. Okay, der macht mehr Schreit. Okay, mal gucken. Okay. Äh, ja. Okay. Ach, ihr seid weitergerannt. Ach, wie schön. Das Leutnant meinen es wirklich ernst. Glaubst du das war's? Er hat sicher noch mehr in Betto. Unsichere Männer umgeben sich gerne mit Gleichgesinnten. Ach, der ist da weitergerannt. Kate, hast du dazu was zu sagen? Nö, sie hat vollkommen recht und deshalb arbeite ich alleine. Okay. Wir kennen die Dialoge schon. Hm. Nö. Aber das Lob schon. Der Schiff ist immer noch hier. Nach Tumos hat es Thunak übernommen. Ich dachte, er würde es Chartreuse lackieren, damit es zur Rüstung passt. Chartreuse. Bitte in welche Farbe? Äh, nichts mehr. Ah, hier waren wir beim letzten Mal, ne? Falls du das noch erinnerst. Richtig. Da, wo Leute gestorben sind. Oh, 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 oh. Nein. Ich schieße mal auf den Räscher. Ah. Ich hole die Brunner. Ja. Hey, Kumpel. Und kaputt. Wow. Und da kamen noch zwei kleine Schüsschen auf den Zug. War ja gar nicht mal so verkehrt. Nee, das hat uns gerade sehr geholfen. Aber es sind hier noch ziemlich viele andere Leute. Eine weniger. Gegner. Natürlich habe ich den nicht getroffen. Na, komm. Nee. Ich habe noch eine andere Waffe. Oh. Der wollte mich haben. Ist was? Ah. Boah, der wollte mich echt haben gerade. Ich stehe gerade über dem. Der wollte mich lieb. Hab ihn. Ach, das ist wirklich. Ach, der ist schon wieder. Eisenbart hat's. Keißau. Keißau. Oh. Oh. Oh, ich habe da was bekommen. Da würde ich mal wieder nachgucken. Äh, hier ist noch drin. Ganz schön. Hast du bekommen? Neue Panzerhandschuhe, die gleich ordentlich mehr haben. Nice. Ich finde nämlich so nichts mehr für mich. Okay. Dann. Äh, hier liegt noch Mully. Ja, ich bin voll. Hast du wieder gesoffen. War ja klar. Ich komme. Yo. Ich guck mal was. Na, warte mal. Ich habe noch was bekommen. Ah, nein. Was war das? Was ich da bekommen habe? Eine Waffe wahrscheinlich, ja. Reift der? Ne, keine Ahnung. Oh, mein Super ist bereit. Ne, doch nicht. Keine Ahnung was. Oh, schade. Hätte gedacht, da war nochmal was. Habe ich mich getäuscht. Ich hätte gerne mal wieder so eine richtig schöne Energiewaffe. Ich habe eine Handfeuerwaffe bekommen. Die hat bloß sechs Schüsse, aber zieht ganz hübsch ab eigentlich. Ja, das ist auch geil. Wow. Verrückt. Wow. Wow, ich bin fast down. Was war denn das? Ich habe zu hoch gezielt. Glaubst du gar nicht. Wow, der hat einen geschlagen. Oh ja. Den haben wir jetzt beide nass gemacht hier. Der Raketenwerfer ist immer noch saugeil irgendwie. Übel. Was sind denn die Dinger, die da rumliegen? Ey, was schießt mich hier ab? Ein Panzer weniger, aber wir müssen uns um den Aufzug kümmern. Ich weiß nicht, wo du bist. Nein, ich bin bei. Ich bin bei. Alles gut. Alles gut. Boah, das war mal eine platzierte Granate, ey. Ich mache mal wieder den Palpatine. So, jetzt geht es mir besser. Ich habe die aus Versehen gezündet, da wollte ich die wenigstens nutzen, hat sich aber gar nicht gelohnt. Und jetzt? Ach, jetzt kommt ja dieser Kollege hier oben. Kollege? Wir müssen da hinten nämlich, ähm, wieder die... Superbereit. Ah, ja, du bist ja schon dabei, gell? Haps. Warte, warte, lass mich raten. Ein riesiges Feuergeschütz. Nein, aber danke fürs Kopfkino. Oh. Ich habe ihn gut getroffen. Ich habe leider keine Rakete mehr. Der geht gleich in die Luft. Ich bin down. Oh. Mich hat es voll erwischt. Komm her. Ah, der Kollege, der Eisenbart, holt mich gerade. Super. Wo ist man jetzt hier? Oben auf die Plattform. Oh nein, ich schaffe es nicht. Oh. Wie komme ich denn da? Kann dir gerade nicht helfen. Alles gut. Ich habe ihn gegrillt. Sehr schön. Oh, oh. Wie komme ich denn da hoch? Da, wo du vorhin standst. Kannst du auch hochgehen, ja. Jo. So. Abgeputzt. Er versucht es. Er versucht es. Er versucht es. Er versucht es. Kann ich es ihm zeigen? Ich habe irgendwie gerade spart... Ah, er hat... Ich glaube, er hat es verstanden. Gib mir deine Hand. Ah, wo wir gerade dabei sind. Gib mir deine Hand. Habe ich irgendwas Schönes erhalten? Nee, ne? Hm. Hm, hm, hm. Hm. Ach, da ist er. Jawohl. Mhm. Wir können weiter. Ja, ich gucke dann... ...danach, ob ich irgendwas Tolles bekommen habe. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, während er noch auf dem Weg war. Oh, gleich kommt unser Lieblingsfreund. Der Hayaboo-Typ da. Okay. Einmal aufmachen, bitte. Ich kann da nichts drücken. Ah, du musst oben an die Fallkonsole. Und dann? Kommt unser Kollege oder werden wir alleine kämpfen? Ah, ne, da ist er. Moho. Mach auf, ey. Hammer. Thunok ist hier. Und die Flammengeschütze? Hat er die Flammengeschütze? Ja. Ah, Thunok ist hier oben schon. Mhm. Dann kann man jetzt schon Schaden zufügen. Ist dem so? Nein! Jetzt hat er das Ding davor aufgestellt. Drecks. Eieie. Wow, 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 wow. Nicht gut. Hui, ui, 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 ui. Ich räume oben auf. Da ist irgend so ein großes Viech am Boden. Äh, wo? Oh. Jo, der. So. Ah, ich hab... Ja, ich hab Thunok vertrieben. Da unten ist noch so ein großer... Besuch? Hab ihn gegrillt. Äh, wo genau? Unter uns. Genau unter uns. Okay, leck. Oh, okay. Ich mag meinen Raketenwerfer. Würde man nur mehr Munition für den bekommen, ne? Oder ist da noch so einer, ey? Was ist das denn für eine Waffe? Ha, 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 ha. Raust du da jetzt? Du, kleine Sau. Du, kleine Sau. Nein. Ich hab keine Munition für mein Scharfschützengewehr. Super, wäre halt perfekt. Okay, dann? Dann hoch. Mein Super ist auch bereit, glaub mal. Ich hab gerade ein Scharfschützengewehr bekommen. Was ist passiert? Äh, ich bin tot. What? Oh, fuck. Ah, die sind neben dir aufgeploppt. Ich hol dich. Alter, wie dumm ist denn das, bitte? Die sind genau auf mir gelandet, quasi. Wie dumm war das denn? Ähm, jetzt geht's hoch. Yo. Ernsthaft? Ich hab das... Ich hab ein legendäres Gewehr die ganze Zeit nicht ausgerüstet gehabt. Ach, das ist das. Ihr Kind, mach's weg. Er sitzt in der Falle. Auf einem Flugplatz. Okay. Er kriegt gleich mal den hier. Oh ja. Ich würd eigentlich gern den Perpeteen für ihn machen. Nein, er ist ausgewichen. Es kommen in die Gegner. Okay, die hauen ab. Aber, ich hab was für die. Ich liebe diese Attacke. Ey, ich merk schon. So. Sonst noch jemand? Oh, jetzt. Weißt du ja, was kommt, ne? Wieder diese Kugel holen. Deckt mich mal. Ich hol den mal. Ja. Ah, nee. Eisenbart holt sie. Okay. Wow, wow, wow. Der Thresher gibt mir. Hast du noch ne Rakete frei? Nee, leider nicht. Dann warte mal. Dann hol ich ihn. Wow, da hinten gibt mir einer. Ja, der Zenturio, ne? Ja. Oh, unser Kumpel da vorne. Der wird wohl gegrillt. Tunok ist wieder da. Oh, ja. Ah. So. Wow. Hab ich ihn grillen abgegeben. Ich krieg hier. Okay, ich bin mit anderen grad beschäftigt. Ich krieg zu sehr aufs Maul von denen. Kein Problem. Ich hau Tunok so häufig, wie es geht. Nur einen auf den Latz. Das sind wieder diese hässlichen. Voila. Was denn? Ich krieg voll aufs Maul, Alaa. Ich hab die grad gegrillt. Oh. Oh, oh. Es kommt zu viele. Uiuiuiui. Oh, da ist schwere Munition. Sehr gut. Wow. Ich bin bei durch. Den hab ich grad noch gegrillt. Aua. Äh. Hals wäre... Okay. Äh. Ja, wir müssen das Ding holen. Ja. Oh shit. Das mit meiner Munition ist grad ein bisschen schwer. Ja, muss sammeln. Das liegt hier überall rum. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Besuch. Oh, ja, 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 ja. Oh, oh. Der kommt zu mir. Okay, weg. Tunok kommt. Der hängt da oben fest anscheinend, ne? Äh, der backt da rum, oder was? Das hat wir getan. Das ist auch nochmal hinterher. Wow, das hat auch wir getan. Uh. Hinter uns. Yo. Oh, der hat mich aber ganz schön weggepumst. Ah. Hab eine Wild. Hier ist ein Scharfschütze. Er ist tot. Weg ist er. Ah, diesmal ging's einfacher. Ja. Jetzt wollen wir mal reinkommen. Oh. Scheint, als sei ich gerade zum richtigen Zeitpunkt zurückgekommen. Oh, ich hab meinen Brustschutz bekommen. Mit ne Powerwaffe und ne Entgramm. Ich hab einen legendären Brustschutz bekommen. Ein Schwert hab ich gegen meinen Raketenwerfer tauschen. Nope. Nope. Das kann sie knicken, Anna. Ich hab hier noch die Schrotzer. Die kann weg. Ja, die Handfeuerwaffe ist ganz gut. Ja, Mann. Die macht Spaß. Jo, äh, dann kämen wir mal zum Obd zurück, oder? Das war doch mal ne gute Runde. Okay. Ja, was machen wir denn nun? Vor allem, wir können... Hm. Ich hab halt, ich glaub, ultraviele Waffenteile und so, ja. Vorhaut des Taktikers. Vorhaut zum Taktikers. Können wir mal, bringen das zu Commander Zavala, bringen das zu Devrim Kai. Mod-Komponenten hab ich, Verbesserungskern. Oh ja, hier einfach... Bring sie zu einem Waffenmeister. Also, auf der Karte bekomme ich noch zwei Quests. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Engrammen machen kann, halt. Hm. Dann müsste ich sagen, dass eine Vielzahl von legendären Ausschussungsgegenständen enthält. Ja, und was, was... So, fliegen wir erstmal hin und gucken uns mal an. Oh, okay. Gibt ziemlich viele Sachen zu erledigen noch. Jau. Jau. Guck, um... Das ist die Folge, gell, so wegen Länge und so. Och, das waren 20 Minuten gerade erst. Ah, ja, okay. Wir waren gut dabei. Fehlen dir die exotischen Waffen aus früheren Seasons? Besuche Meister Rahul im Turm, einer aus einer... aus einer kleinen Ausflug. Ich laufe in einer Toga rum. Bist du schon drin, oder was? Ja. Oh, okay. Ne, wo ist denn mein Tresor? Ah, ich will zu meinem Tresor. Ich will nämlich meine Waffen, die ich nicht brauche, einsperren. Man hat ein Tresor? Ja. Ja. Für deine Sachen. Cool. Meister Rahul. Nein, ich hab nix für dich, Dingy. Ich lager die einfach mal. Was brauchst du? Ich hab, glaub ich, was für dich. So, meine Sachen sind in der Kiste. Oh, Rahul erhöht. Okay, ich hab hier noch was. Willkommen zum neuen Eberversum, Hüter. Aufwendige... Aufwendige Mode. Achso, du erhältst Päckchen mit einer Nachricht von Tess. Ich habe etwas für dich, Hüter. Ich verlange auch nichts dafür hier. Ich hoffe, ich kann deine Fantasie damit beflügeln. Ja. Was hab ich bekommen? Ja. Viel. Danke. Ciao. Ciao. Was macht der Rahul? Tolles? Rahül. Exotische Ausrüstung. Hüter. In Gramm Käufe. Kann ich dir noch was geben? Ja. Ähm... Vor der Destiny 2 Festung der Schatten. Aha. Ich verhände dich nicht. Okay. Was gibt's denn noch? Ich bin jetzt bei Rahul. Schmelz-Titel-Kontakt. Clan-Verwaltterin... Folgen wir gerade irgendeiner Quest? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Okay. Ah doch, das kann sein. Also ich folge jetzt gerade einer. Ich will nämlich... Ich sollte von der Frau da... ...was geschenkt bekommen. Ich gucke gerade. Beute Züge abgeschlossen. Eins von zwei. Beute Züge laufen abgeschlossen. Hoppala. Was haben wir denn da? Hallo. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir geben? Ah, Welten erkunden. Ich hab was... Ich hab was erstanden. Der Devrim Kai, das ist der Typ... Commander Zavala. Das war doch der, der hier auf der Brücke steht, oder? Ich glaube ja. Commander Zavala, ja. Was ist das? Statue. Hüter! Na hallo, ich würde gerne meinen Doof erhören, Diggi. Ich gucke mal, ich... Ich finde hier so ein paar Leute noch und so und... Vielleicht finde ich ja noch mal was. Ich frage mich, ob wir unsere Cubes, die wir da finden, irgendwie eintauschen können. Gegen irgendwas. Stimmt, oder? Eben. Ich frage mich, wofür wir die dann sonst suchen würden. Heidenoi. Der klemmt auch hinter jeder Wand, oder? So, jetzt hier. Hey, Advokat. Ausrüstung. Ah, du kannst ja auch Sachen bei dem kaufen. Ach, die hat noch eine Quest für uns. Okay, ja, das nehme ich jetzt mal. Nicht ohne dich an. Äh, mein... Wo, wo? Mei? Wo, du? Ah, da unten. Okay, passt, passt, passt. Ich sehe dich auf der Karte. Du warst bei der Frauen, ne? Ich war bei der Ikora Rei. Okay. Genau, genau. Da habe ich auch gerade eine Quest angenommen. Achso, hast du die angenommen, oder? Ja, ja. Ich denke, ja. Ich glaube, das war die. Ja, irgendwas. Einführung-Quest, oder irgendwie so. Irgendwie sowas, ne? Einführung-Quests, ja. Genau. Okay. Dann haben wir die angenommen. Oha, Nico, das sieht schon cool aus, wo ich hier bin. Kann ich was von dir kaufen? Ja, ich versuche gerade, dich zu finden. Schau dir unsere Waren an. Das wirst du nicht bereuen. Bestimm ich halt unten. Aha. Versuche ich auch gerade hinzukommen. Okay, da kannst du... Das war eine Sackgasse. Toll, das ist eine legendäre Waffen. Das sind so die Dailies und die Weeklys, ne? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Die schwarze Waffenkammer wartet auf der Karte. Ich habe dich auch auf der Karte schon wieder verloren. Du kannst, wenn du M drückst, kannst du einfach markieren... Du siehst ja, wo ich bin. Ich bin bei der Ada. Spider, wie gut kennst du unseren gemeinsamen Freund? Nicht gut genug, wette ich. Okay, werde ich jetzt auch hingelotst, oder? Ja, ja, ja. Poststelle. Fass unsere Waren nicht an, bitte. Ich verstehe eine Sache nicht. Wozu braucht man diese... Diese... Was ist denn das? Glimmer. Ja, wir sammeln sie immer ein, aber... Kein Plan. Also sieht schon gut aus. Ja, jetzt bin ich wieder da bei dir. Was macht die Ada so tolles? Äh, Weeklys. Weeklys auch so. Hm... Quests. For the Destiny 2 Forsaken. Okay, danke, ciao. Alter, es gibt schon viele Waffen. Es gibt... Ich laufe immer noch mit meiner Standardwaffe rum vom Anfang. Als Sturmgewehr. Also nur damit du weißt, es gibt 518 Waffen. Wow. Und 1.080 Rüstungen. Boah. Ciao, Alter. Nicht schlecht. Verbesserungskern und Mod-Komponenten habe ich. Die kann ich auch irgendwann irgendwie zu so Waffen teilen oder so machen. Irgendwie sowas habe ich letztes Mal gelesen. Äh, die, 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 die warst noch mal, die? Ich habe Mod-Komponenten und einen Verbesserungskern oder irgendwie sowas. Ah. Ich habe Dämmerlich-Brustück und For-Hoot-Token. Und ein Umberall-Engine. Oh Mann. Okay, gut. Ich würde aber sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Und auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020